wir müssen hier hin hier ist wieder so eine Glasscheibe ja da habe ich doch eine Idee und bumm so jetzt ist offen over here wir müssen da rein oder ja da ist so ein Pfeil hä? im Moment mal ich habe eine Idee ich glaube das kenne ich noch von damals und ja das ist wirklich dann offen oh die Kiste ist aus der Seine durchs Portal ja dann benutzen wir die Kiste wir springen drauf und jetzt können wir da durch ok oben ist weiß unten da müssen wir hin dann gehen wir zurück um ins Portal also durchs Portal zu laufen na komm ich mach doch irgendwo ein Portal so ok wo müssen wir jetzt hin? das ist verschlossen ok da rüber loading ja loode mal schneller dann darüber ok perfekt und jetzt ähm Pfeil zeigt da hoch dann heißt es ich gehe auch da hoch ok normalerweise müssen wir doch sterben wenn wir auf diesem Boden sind oder? jetzt habe ich aus Versehen Portal gemacht ok keine Ahnung was hier unten ist wir gehen einfach mal eins nach oben ach ne ja meine guten alten Freunde so Nummer 1 dann darüber dann noch hier hin ok wo geht's noch hin da runter da hin ok und da ist noch eins da oben noch so wo müssen wir jetzt hin? ich schätze mal hier wieder springen oder gibt's da oben irgendwas? ja hier ist was und da müssen wir hochkommen ja dann kenne ich das Spiel doch noch ganz schön gut so hier dann das platzieren und dasselbe hier nochmal hui 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 verdammt warum klappt das denn nicht? so jetzt klappt's aber schon wieder nicht warum klappt das denn nicht? warum 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 ist die Banane krumm? ah jetzt klappt's ok ok was sollen wir hier na toll so jetzt haben wir es geschafft und jetzt fahren wir hier hoch keine Portale schön da hab ich aber doch ja ich glaube ich weiß wie einfach runterspringen und dann wird man nach oben katapultiert hui ja das war's ja müsste man nur noch lenken können so geschafft was ist denn hier schönes ok keine ahnung wo geht's weiter da oben nein falsch ok perfekt ok lauter treppen 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 aber da müssen wir auch gar nicht hin so wie es ausschaut was läuft denn da what is black miser m-i-s-a oder so was ist denn hier einfach nur leere Sachen ein geschlossener Raum und da hinten habe ich schon irgendwas gesehen ok was ist das tja da sind sie herzlichen Glückwunsch war es das wert denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen mein Herz zu brechen seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf wir wissen wohl beide dass es so nicht laufen wird sie wollten es so jetzt gibt's eine Überraschung Überraschung in 5 4 okay da ist irgendwas runtergefallen und hier muss ich irgendwas aktivieren ah das ist da hinten dann müssen wir das glaube ich reinwerfen wenn ich mich recht erinnere und dafür haben wir keine Zeit na toll dann machen wir das so ja und jetzt hallo dumm rumgammeln kann ich auch ja das ist jetzt die Stimme die wir immer gehört haben und es passiert nichts auch gut okay da tritt Dampf aus und da ist eine Zeit ach wir müssen ihn 6 Minuten besiegen oder was das Teil kennen wir doch noch das Teil kennen wir doch noch und bumm jetzt müssen wir das Teil wieder einsammeln was sie da verbrannt haben ist mir nicht wichtig das ist nur die katalytische Crack-Anlage hat Schuhe für Weisen genäht super hingekriegt sie hält okay weg mit dir ah jetzt saugt das Teil wieder auf das so wo geht das jetzt hin ich möchte noch da hoch ich habe nur konnte er nicht kommen er hat eine Party für uns organisiert das interessiert mich im Moment sehr wenig ich bin unter Zeitdruck wir haben auch 4 Minuten 14 Motoxin tödlich so und nächstes Teil tödlich absolut ironisch gemeint soll ich da hinkommen ok dann machen wir halt von der Luft aus tödlich für mich sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden verdammt die labert irgendwas ich höre jetzt aber nicht zu sie können hollöchen oh mein Gott bist du hässlich schnell das da rein werfen wir haben noch 3 Minuten 18 und was ist jetzt ach das Teil ist besägt oder was das ging aber schnell der epische Tod des Gegners und alles wird weiß wir fliegen gleich mit ok 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 ok